So, weiter geht's heute mit der Klassik Mini Trophy. Wir sehen uns aus Frank-Francisco, oder live aus Frank-Francisco, und ja, dann der zweite Teil aus Savannah, also es geht jetzt Schlag auf Schlag. Wie gesagt, das sind alles nur so ein, zwei, maximal drei Rennen pro Serie. Jetzt heißt es, es geht jetzt schnell. Oh ja, womit haben wir noch... So, Karriere. Nö, es geht tatsächlich dann noch weiter. Okay, Quid for the Division, also es ist auch ein ganz langes Stück hier, sehe ich gerade. Da sind nämlich genug Dinger noch. Okay, gut, dann habe ich jetzt nichts gesagt. Ich dachte, okay, wir sind dann da durch, aber es geht noch ein bisschen weiter. Weiter geht's auf jeden Fall mit der Mini Trophy hier aus San Francisco. Der, auf der letzte, letzte Teil dieser, ähm, Serie für diese Woche. Mal gucken, wie es einmal noch ausgeht. Also dann, Kristen, was meinst du als Co-Moderatorin dieser packenden Grid World Series und Expertin für alles, was Motorsport betrifft? Womit sollten wir hier rechnen? Vielen Dank, Alex, und alle, die es heute hierher geschafft haben. Bei der Grid World Series gibt es wieder... So, ich habe Tumpe 14. Na ja, schauen wir mal. Oder man kann auch immer, wenn man ein Place sieht. Ich habe ja selber einen, zumindest mit der Ecke, mit der Ecke, mit der Ecke, mit der Ecke, mit dem ich aber dann die Formel 1 fahre. Ich habe noch ein bisschen keine Berührung. Wir sind jetzt mal auf PS6. Ich will mich jetzt ein bisschen nach vorne setzen. Ich habe es aber echt, ne, Dusche vor allen Dingen. Geht mir einfach auf den Pisten wieder weiter. Jedem Rennen erinnert mich, wenn ich nicht selbst nie bin, muss ich mich weg. So, Runde 2. Gutes Tempo. Mach in Runde 2 ein paar Plätze gut. Aha. Nach außen an die Muni vorbei. So, Dritter. Ja, der Erste, der vorne ist der Erste, muss ich mich hier mit dem zweiten Kollegen schlagen. Jetzt habe ich aber, muss ich doch eigentlich sehr schön unten vorbei. Jetzt muss ich den Kollegen da vorne noch reinfangen. So, jetzt sind wir jetzt die letzte Runde, weil jetzt gibt es die, ne, vier Runde haben wir. Gutes Tempo. Mach in der dritten soweit. Du bist ein bisschen weit rausgekommen jetzt. Ich war erst in der einen Kurve, bis weit rausgekommen konnte, dann immer noch mal. Ja, kommt dann. Wir führen mit der Hilfe der dritten Runde. Wir führen mit der Hilfe der dritten Runde. Jetzt geht es um unsere letzte Runde. Letzte Runde. Bleib bis zum Ende in Führung. Ja. 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 So, damit haben wir das Haus durch. Und damit, so, passt doch, wunderbar, auch die kurze Folge, wie gesagt, das wäre jetzt eh alles nur so kurz zu folgen. So. So. So, und mit dem letzten Teil, mit dem nächsten Teil hier aus Havanna, sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. So, dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder.